Ja, das Wetter. Ey, die fahren wieder. Wir müssen jetzt leider wieder unseren Verpflichtungen nachkommen. Da wollen wir euch nicht mehr stören und ich stoße noch ein bisschen mit ab. Okay, Video kommt nachher. Wohlsein. Du stoßt ab und wir stoßen an. So machen wir dann. Was für ein schwerer Job, ihr meint. Ja. Das ist der schönste Job. Das lohnt sich dafür, alleine König zu werden, Junge.